Katatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Lassen Sie die Männer ihre Arbeit machen, Mr. Bernard. Gwendolyn hat etwas, das ihr nicht gehört. Was soll das? Wo ist sie? Die Juwelen sind unter dem Bett. Das Falschgeld liegt hinter den Vorhängen. Was soll das? Wie konntest du nur? Wir sind doch eine Familie. Ich kann nicht zulassen, dass Gwendolyn das boykottiert, was sie nicht mehr kapiert. Wo ist der Schlüssel? Was für ein Schlüssel? Es gibt keinen Schlüssel. Den habe ich verloren. Was wollen Sie überhaupt mit dem ollen Ding? Das olle Ding ist ab jetzt beschlagnahmt. Toten weg! Das ist mein Eigentum! Das ist Diebstahl! Arschlöcher! Das hast du dir alles selbst eingebrockt. Du hast keinen Respekt vor dem Mysterium, mit dem du verbunden bist.